Ich bin der Simon Nadig und ich komme sehr gerne zum Sensei Metin Kajar ins Budokan. Also ich komme gerne ins Training, um einerseits meine Freunde zu sehen und mit denen zu trainieren und andererseits finde ich es halt cool, sich mal auspowern und auch Krafttraining zu machen. Also ich finde auch das hilft mir sehr stark weiter, so neben dem schulischen, wenn ich immer Hussi machen muss, dass ich dann auch mal etwas körperlich machen kann. Also am Sensei Metin Kajar finde ich es besonders cool, dass er so ein guter Kämpfer ist, was mich auch extrem motiviert, um dann zu trainieren, wenn ich ein cooles Vorbild habe. Also beim Training finde ich es auch cool, dass wir jetzt nicht nur Karate haben, also traditioneller Kampf, sondern auch noch Waffen und Schwerte und nebenbei noch Yavara. Und mir gefällt es halt auch extrem so, mit verschiedenen Techniken und komplett anderen Styles gegen jemanden zum Antreten, halt im Freundschaftlichen ohne den anderen zum Verletzen.